Willkommen zu einer weiteren Folge, beziehungsweise, ne, nicht weitere Folge, erste Folge. Erste Folge von, beziehungsweise soll kein Format werden, ach was auch immer, ja. So, jetzt kommt Helmut Six Siege, alles verkackt. Ich weiß nicht, warum Politex ein Recruit ist, aber ja. Mit dabei sind es ja halt, wie gesagt, gerade Politex, ne, dann ich bin dabei, zufälligerweise, Gustl ist dabei und sonst niemand. Nein, Luca ist noch dabei. Ich glaube, der redet sogar. Oder? Redet da, klein Luca? Hä? Redest du? Hier. Okay, er redet. So, er redet. Ich weiß nicht, ob das was Heus ist, aber er redet. Und ja, ich spiel mal wieder, weil ich nicht weiß, was ich aufnehmen soll. Jetzt geht er an dem Spiel, und zwar um R&B Six Siege, ich komme auch noch nicht. Äh, komme auch noch nicht auf YouTube bei mir. Äh, und ja, diesen mal wieder hier live auf Twitch. Auf Twitch, das ist mein Bitch. Und, ja. Wir haben so jeden hundert Kommentare, yay. Ja, ich hab davon noch GTA-Street im Jamschen. Viel mehr als hundert Kommentare. Ist das dein Ernst? Mann, der ist... Ah, danke. Ah, der hat jetzt nicht heilen sollen. Ist ja witziger. Oh, von oben kann man... Ja, von oben kommen die wahrscheinlich. Oh, die Schlösser nennen. Kommt wahrscheinlich da von oben. Von... wo... Von oben links, rechts? Hier. Ah, da. Soll ich aufmachen? Die Granate? Nein, da ist schon auf. Ja, da kommt er. Ja, da kommt er. Hier ist auch noch was. Ich lass den... Oh. Ich mach's mal. Nicht auf. Feinde in Reichweite. Soll der... Trinktel. Genau. Es heißt jemand, da wurde grad markiert, aber... Wo der ist, weiß ich nicht. Ne, ich leg... Ich leg mich doch drüber hin. Ne, ich kann schliesslich hin. Der ist da. Der ist da auch nicht. Rechts, links? Äh, direkt im ersten Raum rechts. Hab ihn. Danke. Komm, 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 komm. Ich muss hier anschießen und töten. Das wäre eine richtige, äh, sehr zu. So. Es wird mir gesagt, da liegen die gefährlich. Meinst du? Ich weiß nicht. Ah. Ah, scheiße. Komm, wo, wo ist sie? Hier von oben kommen sie. Da hat grad eine Drohne runtergeschickt. Jawoll. Ja, einer ist runtergefallen. Hallol, der ist wirklich runtergefallen. Sag. Sauber. Ins Gesicht. Fing nur mit den einzigen Kills. Ja, da kommen gut keiner. Das stimmt, das stimmt, Helmut. Das stimmt. Ähm. So. Hibana, mein einziger Year One, beziehungsweise Two, na, also Year One Operator. Ich hab gar keinen. Ja, du bist ja auch ein paar Level unter mir. Oder? Wer ist da? 42 Leute. Das ist ein paar Level unter mir. Äh. Edi Köff, das ist ein Back. Äh, es werden halt keine Motte in die Angezeit, was auch immer. Das ist ein Back. Witz hat sich schon seine Backs. YouTube hat noch mehr Backs. Und Ubisoft hat die meisten. Ja, doch haben sie aber. Das ist voll. Was, ob man da so rausgebrochen wird? Ja, Alter, das ist so meine Hassmatte, ne? Das war's nicht, ich hab's nicht erzählt. Ich hab's noch mal, wo, ne? Ich hab' Hausgang. Ich weiß, dass Backen Operator ist. Aber Back, Backen. Bum, Backen. Nicht Backen. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Ich hab' den Kanadischer, ähm, Pino, wo bist du? Im Haus. Na, auch Pino liegen oben. Das ist unbekannt. Erlaubt ist zum Angriff. jetzt richtig kommt auskürzen ja so sind sie nicht weißt du wie oft mir das schon passiert ist mit äh das ist so ja aber trotzdem so sieht man dann so ist es richtig ab ich hab einen Kegel angeschossen ich hab mal Güstel ich geh mal in meinem Weg ja ich möchte auch in diese Richtung gehen aber guckst du es auch dort natürlich hast du Sprengschaut da kommst du nicht machen wir hier auf ach so ich hab doch auch die Bahn das stimmt also die sind dort ja die sind dort die sind dort da rechts wie hat die Entfernung von Claymore da und so gut war zwei Leute ich werde schon merken wie den Kommentaren dann so wie er kommt wenn man auch nur zwei Leute machen mit das und das machen das musst du besser machen das muss besser machen ich bin jetzt gerne aber nicht in die Betreuung ankommen wird durch keine Ahnung ich bekomme ich hab Angst der wird geschossen der Hälter wurde lokalisiert der wurde von hinten in Europa wo 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 ich hab's ja wir haben brauchen wir hinten und dann rauskriegen weil das ist mir grad gern da nicht da nicht trotzdem kommen wir hier rein heute nicht echt gut doch dann sollst du rechts warte rechts nein nicht da da jetzt irgendwo hat er mich gekült und der zweite wird gleich hier rein rein ich weiß schon wo die Kamera ja mich zerstört doch ich war ja das ist glaube deswegen warum soll ich warum ist auch schwarz auge wenn es lau ist keine ecke glaube ich ja ich glaube auch dort durchgehen als ob sie auf zeit spielen soll ja ja mach es mir ruhig die meine ganz langen wusste wo wusste rede mit uns im gegengang in den raum toll das liefst mir gerade eher da ist er da war ein schotten ein gegner verbleibt er hat 10 sekunden übrig dumps rein da ich hab ihn noch gesehen ach man ja ich hab ihn noch gesehen ich hab sogar noch auf ihn geschossen aber da ging es kein schaden genommen das ist ein scheiß ich meine kugeln sind um ihn drum gegangen gleich nur einster so wie soll ich jetzt kurz kurz gleich nicht so schlecht auf dem meckheit gut man sich so gehetzt am anfang wie mit mut dass man alles allerdings machen muss man hier die ganze zeit rum rennen und schnell die störse einer platziert und dann spielst du eine drohne an einem vorbei dann denkt man sich so mission failed ich hab immer auf die pump kann auf der waffe auf der waffe ich hab immer auf die pump kann auf der waffe als ob es ist zwei waffen und die pilota da wird ja voll geil also ja ich hab zwei waffen mit mir aber ich mein also in einer waffe ist es dann da ist dann auch in mir sowas wuster da redet da in kleine kubzel enthält ja gut kriegt nichts ähh ich weiß nicht wo ich mir noch die Karte machen soll denn ich weiß nicht wo die größe durch kommt Bzw. ich glaube das Puls ist sogar besser, wenn er alles offen ist, weil man ihn halt durchschießen kann. Ich glaube die kommen hier von der Wand. Ah ne, da hinten, da er. Da. Hä? Weil du ihn nicht fixierst? Dann wahrscheinlich da auf den Turm. Wahrscheinlich da auf den Turm. Ich will nur gucken. Es bringt nichts, mir darf auch gar nicht auf die Distanz. Suka, komm mal her. Suka, komm mal her. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Okay. So jetzt guckt man hier raus, dann versucht man jemanden zu erkennen und abzukneiden. Da ist ein Fenster. Oh ne Gutes. Ah, da unten ist jemand. Seh ich mit Puls. Neu. Der ist da unten am Boden. Okay, das ist das Gebäude reinkommen. Ein Etage unter uns. Direkt unter uns. Kann ich ihn durchschießen? Ja. Nö. Nö. Oder noch ein point. Wie viel hält der aus? 306? Oh 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 oh. Ach Mann. The merk. FIFA 몇 F – aber das bin ich gesehen. Ich kriegруг wieder nur assist, ein Schuss oder mehr tot aber nein. Ich lade mein Magazin! Oh, ich höre es aus! Hauptsache, ich bin nur noch erster. Das einzige, was mich gerade diese Runde motiviert. So. Ich würde jetzt nicht hingehen. Fulltick. Also, ähm... Fuse, da kommt schon Platz. Ja. Was macht denn die Forster, alter? Man, Gusto, ich schieße gegen das Ding jetzt. Mal losgehen. Ey, also, ich meine, wenn du so glättest. Ja, der Forster ist besser. Da, von links, von links. Ja, da! Oh, Gusto, ich hab's dir auch gesagt. Schande über dich. Ja, was soll ich denn machen? Rutschießen! Ja, da! Ja! Nice! Schön gemacht! Oh, scheiße, das ist der letzte Fulltick! Ja! 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 Ja, ja! Ha! Ja, ja! Eh. Ha! Ich hab' dieτούste noch ja drauf. weg 15 Sekunden der verbleiben begegnen der Kölner in der Köln auch was auch fünf Sekunden und wir haben noch gewonnen nein, das ist auch nicht schön gemacht, politik aber so eine Nachricht, lauf mich ein ja, ich werde dich einladen, lauf mich ein, lauf mich ein oder was auch noch mit Köln und Kännis ist so aufgefallen so, Angreifer, wen nehme ich jetzt? das ist gut, das heißt, ich habe eine gute Waffe auf Distanz ein, das gibt mir vieles gibt mir vieles Klaas, na, mach das ein bisschen Asi, weil sie das so ein Ego ist ja, die definitiv zu der Runde nee, jetzt will ich nicht mehr, ich bin leid boah, gestern, Alter ich nehme mal das Ego-Talent wieder Luca, ich spiele als du ja boah, der nervt der Ego-Gefahrgut behält also gar nicht ach, ich bin mir gerade bei mir nicht, Alter ach ja, das ist nicht schön, diese Runde warum bin ich jetzt nicht mehr Erster? warum bin ich nur Drücker? ich weiß, das ist ein Beschwerder nicht liebes Ubisoft Team, warum bin ich nicht Erster? aber völlig so formuliert so, liebes Ubisoft Team, warum bin ich nicht Erster? die sind ganz oben hoch, ne zweiter Stock, ne erster, erster ach man, die sind Schlösser erster Stock da, Haupteingang ja, hab ihn Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert 5 Sekunden bis zum Einsatz diese Runde ist sie, ja, das ist die Runde gewinnt hier weiter zum Bio-Gefahrgut-Behälter und diesen sichern kein draußen wieder kein draußen wieder ich hol mir die ich hol mir die das wäre reingedangen pass auf alle Fenster auf, dass auf keinen Fall irgendeins offen ist bei auf jeden Fall da ist hier durch guck 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 ich bin mal sonst rum Aha, irgendwas hab ich gesehen aber ich weiß nicht was das war ha ha da ist auch was wert Mann, ich hab was dir an mir nicht gestört Ach, hier ist verstärkt. Achso, ist dann... Nee, hier ist nicht vielleicht doch hier auch. Politik ist auch... Ah, egal. Egal, mach halt. Soll ich von unten kommen? Ja, ich komme aus unten. Ich dachte, der will einem auch. Und, zu. So, Kamera ist weg. Haha, nein. Ich habe herausentdeckt. Was für Politik ist, ja. Ja, im Raum ist jemand drin. Ich habe ihn eigentlich nicht mehr wissen. Ja, vor allem. Mann, leider scanne ich nur Dings. Warum kann ich nur Elektronik-Zeugs scannen? Nicht alle scannen. Komm, zeig dein Köpfchen. Karantinwechsel. Nein, Politik ist mein Kill. Kush, weg mit dir. Komm, kletter wieder nach oben. Oh, mach die Tür hier auf. Ey. Mein Kill, Politik. Soll ich was daran nicht verstanden. Danke. Ja, jetzt ist er auch schon offen. Gegner neutralisiert. Einer guckt erfolgreich. Als ob ich jetzt vorletzter geworden bin. Hä? Alter, ich spiele gut. Nein, du bist vorletzter. Warum? Weil du 20 Punkte hinter dem bist. Mann, weise. Nicht mal 200 Punkte und ich wäre erster. Unverdient-Politik ist unverdient. Nein, natürlich GG an alle. Das war's dann jetzt mit der ersten Folge von Rainbow Six Siege. Ich glaube nicht, dass es in Zukunft zu oft geben wird. Genauso wie GTA. Aber ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Bis dahin. Luca, sag mal tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.